Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den großen, großen NBA Finals Season 2022-2023 mit dem Finale der NBA Los geht's. Los geht's. Alle Spiele live auf der Zone und im NBA League Pass. Heute um 2.30 Uhr das Spiel 1 Denver Nuggets gegen Miami Heat 108 zu 132 für Miami. Dann am 05.06 Uhr um 2.00 Uhr Denver Nuggets gegen Miami Heat 126 zu 135 für Miami Heat. Dann am 05.06 Uhr um 2.30 Uhr Spiel 3 Miami Heat gegen Denver Nuggets 121 zu 132 für Denver Nuggets. Somit steht's in der Serie 2 zu 1 für Miami Heat. Dann am 05.06 Uhr um 2.30 Uhr Spiel 4 Miami Heat gegen Denver Nuggets 110 zu 133 für Denver Nuggets. Herzlichen Glückwunsch. Somit steht's 2-2 die Serie. Dann am 12.06 Uhr. Dann war Nuggets gegen Miami Heat 112 zu 124 für die Miami Heat. Dann am 15.06 Uhr um Denver Nuggets gegen Miami hielt 123 zu 111. Denver Nuggets, herzlichen Glückwunsch. Und am 17.06. das allerentscheidende Spiel 7 live auf The Zone und im NBA League Pass. Denver Nuggets gegen Miami hielt das ganze geht 121 zu 135 aus für Miami hielt herzlichen Glückwunsch. Somit heißt der NBA Champion 2023 Miami Heat herzlichen Glückwunsch. So, das war's von der NBA Season 2022, 2023 mit den Predictions. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch die NBA Season zu tippen. Ich hoffe auf nächste Saison auch und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nehme ich das Blöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann. Gut Tipp auf. Ciao. 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 Ciao.